Moin moin und hallo, ähm, warte kurz. Moin moin und hallo, ja, ähm, kleinen Test, kleiner Testlauf, ähm, kleiner Testlauf für Gary's Mod auf dem PC. Ich habe das bisher noch nicht ausprobiert, wie das hier funktioniert und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit. Wir müssen ja auch nichts Großartiges machen. So. Wir spielen einfach Einzelspieler, ganz normal, ganz standardmäßig, weil wir sind ja auch nur alleine hier. Hm. Framerate auf 0. Das ist nicht gut. Gut, ein bisschen Dank, denke ich mal. Äh, äh, äh. Ja, und sonst, ja, irgendwas macht gerade Script Errors. Das ist nicht gut, aber auch nicht tragisch. Yeah, ja, 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 kreiert irgendwas Script Errors. Ich habe so viel Zeug da momentan reingehauen. vieles für TTT, weil ich wollte das ganz gerne mal spielen und ja. Puh. So. Da sind wir jetzt. Jetzt ist die Framerate. Alter, das ist laut. Oh. So. Wir wollten Piraten spielen. Ist jetzt auch in der Sandbox-Mode. Äh, da bin ich jetzt hier hingekommen. So. Ah, schön. Ja, so gut. Guck mal, die haben sogar Rollstuhlfahrer gedacht. Ja, das ist doch schön. Ich kann euch ja so ein bisschen was zeigen, was ich mir hier so gegönnt habe. Ähm, ähm, so, wir nehmen das Radio mit. Dann wird es auch nicht ganz langweilig. So, ich glaube, ich kriege da Ärger, wenn ich da zuschlagen würde. , ich glaube, ich glaube, ich würde das nicht sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das funktioniert sogar unter Wasser, irgendwie geil. Das war's. Okay, dann lassen wir das jetzt mal mit dem Radio, ähm, nee, wie gesagt, ich hab viel für, äh, Dingsons geholt, TTT, das kennt man ja, dann hätten wir hier noch Eirange. Was haben wir denn noch, äh, einige Sachen, die nicht funktionieren, aber zumindest macht das Ding noch Musik. Oh, weil wir Piraten sind, bedienen wir uns mal auch bei Black Flag hier, oder Assassin's Creed allgemein. Oh, was ist das denn? Ich weiß nur nicht, wie das aussieht mit der Waffe. Oh, wenn ich jetzt hiermit reinkomme, Leute. Was haben wir denn da noch, äh, so ein paar Battlefield-Waffen, wobei ihr sagen müsst, die finde ich am besten. Aber, irgendwie, hab die gerade irre. Ja, dann auch noch, genau, das ist mein momentaner Charakter-Skin. Ich weiß, ich kenne die nicht. Ich kenne natürlich noch ein paar andere. Also, ich würde ganz gerne Iron Man sein. Leute, wir müssen uns jetzt einmal kurz... Nein. Spannende Musik wie kann ich das jetzt anhalten schade 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 schade